Ich lerne Deutsch Ich lerne Deutsch Ich lerne Deutsch Ja, lehrt tüsk Nummer zwölf Nummer zwölf Die Frau repariert ihr Fahrrad Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir helfen. Ja, wie jelbe da? Ich empfehle dir diesen Hammer. Ja, ein Befehler, dene Hammer zählt Ich benutze den Schraubendreher 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 Der Elektriker montiert Steckdosen Der Elektriker montiert Steckdosen Der Elektriker montiert Steckdosen Elektriker installiert Steckdosen Zwei haken liegen auf einer roten Fläche 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 Das Mädchen hilft beim putzen Das Mädchen hilft beim putzen Das Mädchen ist einen Apfel Das Mädchen ist einen Apfel Die Frau putzt den Schrank Die Frau putzt den Schrank Der Bäcker macht Quadrate aus dem Teig Der Bäcker macht Quadrate aus dem Teig Der Bäcker macht Quadrate aus dem Teig Bären lauer vierkänter, erdein Schau mal nach dort oben Schau mal nach dort oben Kiek der ab Der Kaffee schmeckt hier sehr gut Der Kaffee schmeckt hier sehr gut Dort ist der Eiffelturm. Dort ist der Eiffelturm. Da ist Eiffeltornet. Ich sehe mir die Stadt an. Ich sehe mir die Stadt an. Jakiga Popün. Der Mann hat die Hände in den Taschen. 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 Er spielt Gitarre und singt. Er spielt Gitarre und singt. Er spielt Gitarre und singt. Die beiden haben gerade geheiratet. Die beiden haben gerade geheiratet. Die beiden haben gerade geheiratet. Die Toh erlieblede Gifte. Die beiden haben gerade geheiratet. Die beiden haben gerade geheiratet. Er spielt Gitarre und singt. Er spielt Gitarre und singt. Es ist viertel vor acht. Kloggen er quat i ode. Mein Hund ist immer bei mir. Mein Hund ist immer bei mir. Mein Hund er älzt sie mir immer. Ich kann den Boden mit meinen Fingerspitzen berühren. Ich kann den Boden mit meinen Fingerspitzen berühren. Ich bestelle ein Glas Whisky. Ich bestelle ein Glas Whisky mit Eis. Ich bestelle ein Glas Whisky mit Eis. Die Frau springt trampolin. Die Frau springt trampolin. Kvinnen hopper på ein trampolin. Das Kind hat einen Keks in der Hand. Das Kind hat einen Keks in der Hand. Baneha ein Keks ihoten. Möchtest du etwas zu trinken? Möchtest du etwas zu trinken? Willst du hier etwas trinken? Die Lampe hängt über dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Tisch. Lampen hängen über Bordet. Das ist mein Weingut. Das ist mein Weingut. Das ist mein Weingut. Dede er min Wiengau. Die Tasse steht am Pool. Die Tasse steht am Pool. Cobben, er will poolen. Sie hat ihren Urenkel auf dem Arm. Sie hat ihren Urenkel auf dem Arm. Die Tasse steht am Pool. Sie spielt Flöte. Sie spielt Flöte. Sie spielt Flöte. Sie spielt Flöte. Heute gehen wir zu einer Party. Die Frau sitzt in der Badewanne. Die Frau sitzt in der Badewanne. Möchtest du einen Keks? Will du hängen Keks? Der Zucker steht auf dem Tisch. Der Zucker steht auf dem Tisch. Zucker erpupuul Frische Karotten aus dem Garten Frische Karotten aus dem Garten Frische Karotten aus dem Garten Fräschke Guleröder fra Häuen In der Schüssel sind Kichererbsen In der Schüssel sind Kichererbsen In der Schüssel sind Kichererbsen Das Mädchen hat die Katze auf dem Schoß Das Mädchen hat die Katze auf dem Schoß Pienhackäten poskült Gefallen dir meine neuen Schuhe? Gefallen dir meine neuen Schuhe? Gefallen dir meine neuen Schuhe? Karoli Minusko Sie stützt sich auf ihren Regenschirm 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 Wir wollen spielen. Wie uns kann es spielen? Das Mädchen sitzt im Sessel und imitiert seine Mutter. Das Mädchen sitzt im Sessel und imitiert seine Mutter. Ich schreibe wichtige Dinge auf. Ich schreibe wichtige Dinge auf. Ja, nur sehr wichtige Dinge. Ich kümmere mich jeden Tag um meine Haare. Ich kümmere mich jeden Tag um meine Haare. Ich kümmere mich jeden Tag um meine Haare. Wir warten auf den Weihnachtsmann. Wir warten auf den Weihnachtsmann. Wir warten auf den Weihnachtsmann. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Sohen mai? Ich habe einen Fisch gefangen. Ich habe einen Fisch gefangen. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Nun kommen wir da nun Gänzehlser fra die vorgehende Ausnitt. Ich repariere die Waschmaschine. Ich repariere die Waschmaschine. Ich repariere die Waschmaschine. Ja, repariere was gemäß gingen. An der Wand hängt Werkzeug. 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 An der Wand hängt für Wasser auf den Wecken. Der Wecker steht vor den Büchern. Der Wecker steht vor den Büchern. Wägeuret er voran Böerne Der Brokkoli ist in der Schüssel Der Brokkoli ist in der Schüssel Der Brokkoli ist in der Schüssel Brokkolin er i Skålen Das Mittagessen Das Mittagessen Das Mittagessen Frohgösten Eine Schale mit Himbeeren Eine Schale mit Himbeeren Eine Schale mit Himbeeren In Skål-Hinbeer Das Himbeereis Das Himbeereis Das Himbeereis Himbeereisen Die Zahnbürste Die Zahnbürste Die Zahnbürste Tandbürsten Die Nudeln Die Nudeln Die Nudeln Nudlerne Der Wecker steht auf den Büchern Der Wecker steht auf den Büchern Der Wecker steht auf den Büchern Wägeuret er vor Torben er Böerne Der Hund liegt unter der Bettdecke Der Hund liegt unter der Bettdecke Der Hund liegt unter der Bettdecke Huhnen er oder Dünen Ich öffne eine Flasche Wein mit dem Korkenzieher Ich öffne eine Flasche Wein mit dem Korkenzieher Ich öffne eine Flasche Wein mit dem Korkenzieher Ja, öffne eine Flasche Wein mit dem Korkenzieher Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichten können Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichten können Hvis du abonnerer på denne Kanal, vil du hjelpe os med at udgive flere Videoer til dir Auf Wiedersehen!